Radio Essen, der Tag in 5 Minuten. Am 6. Dezember mit Mona Belinsky, guten Abend. Bei uns in Essen gibt es aktuell so viele Corona-Fälle wie noch nie. Aktuell haben wir bei uns in der Stadt fast 38.000 Menschen, die Corona haben. Nach dem Wochenende gab es einen sprunghaften Anstieg der Fälle. Und auch die Inzidenz ist damit auf einen neuen Höchstwert gestiegen. Sie liegt bei 272,2 und hat sich damit innerhalb von drei Wochen verdoppelt. Auch deutschlandweit steigt die Inzidenz zum Start in die Woche wieder an. Sie liegt bei 442. Bei uns in Essen hat sich ab heute die Impfstrategie geändert. Die Stadt hat offiziell drei neue Impfzentren eröffnet. Sie sind kleiner als das letzte Impfzentrum in der Messe, dafür aber über die ganze Stadt verteilt. In der Theaterpassage in der Innenstadt wurde ab heute Mittag geimpft. Und schon vor der Öffnung war der Ansturm riesig. Über 400 Menschen standen da zwischenzeitlich in der Schlange. Die ging runter bis zum Rathenauplatz und traf sich irgendwann mit einer Schlange vor dem Grillotheater. Auch da wurde geimpft. Die Menschen haben teilweise anderthalb Stunden auf ihre Impfung gewartet. Die Impfstellen gehen davon aus, dass sich insgesamt über 1000 Menschen heute geimpft haben. Ein Drittel sollen davon Erstimpfungen gewesen sein. Ab morgen wird im Marienhospital in Altenessen geimpft und ab Mittwoch im Kardinal-Hengsbach-Haus in Werden. Alle Termine gibt es nochmal auf radioessen.de. Es lohnt sich auch ein Blick außerhalb von Essen. Die Grünen haben heute der Ampelkoalition zugestimmt mit einer großen Mehrheit von 86 Prozent. SPD und FDP haben bereits zugestimmt. Damit steht der Ampelkoalition nichts mehr im Wege. Seit dem Vormittag steht auch fest, wie die neue Bundesregierung aussehen wird. Unter anderem wird Karl Lauterbach der neue Gesundheitsminister. Viele Essener finden das ganz gut. Der ist im Mittelpunkt, er kümmert sich, er erzählt uns, was wir dürfen, was wir nicht dürfen und steht ein für das, was er denkt. Und er ist immer in den Medien, ist auch so ein bisschen gebauchbindet über die Medien. Also er hat mir ehrlich gesagt nie gefallen, so recht, aber zumindest scheint er die kompetenteste Stimme in der SPD zu sein. Okay, dann soll er mal zeigen, was er kann. Für mich ist der Herr Lauterbach top, der weiß, wovon er redet, Punkt. Auch die Mediziner in Essen reagieren darauf überwiegend positiv. Der Chef-Virologe vom Uniklinikum in Holsterhausen sagt auf Radio Essen-Nachfrage, dass Lauterbach sehr viel Wissen über das Coronavirus hat. Das sei eine gute Voraussetzung, um die Pandemie unter Kontrolle zu bringen. Der Chefarzt für Pneumologie am Alfred-Krupp-Krankenhaus in Steele sieht das ähnlich. Heute Morgen gab es im Berufsverkehr ungewöhnlich viele Unfälle. Die spiegelglatten Straßen haben viele Autofahrer ganz schön überrascht heute Morgen. Gegen sieben Uhr gab es sogar zehn Unfälle innerhalb einer halben Stunde. Insgesamt waren es rund 20 Unfälle, die wegen der glatten Straßen passiert sind. Laut Polizei wurde auf der Alfredstraße in Rüttenscheid eine Person bei einem Unfall leicht verletzt. Wegen der glatten Straßen war die EBE ab sechs Uhr mit 23 Streufahrzeugen im Einsatz. Nach dem ersten Wochenende mit 2G im Einzelhandel war die Innenstadt zwar etwas leerer als sonst im Advent. Gleichzeitig gab es vor einigen Läden aber kleinere Schlangen, weil am Eingang der Impfstatus kontrolliert wurde. Die meisten Kunden nahmen es gelassen, die Ladenbesitzer hingegen machen sich große Sorgen, dass sie durch die 2G-Regel jetzt Einbußen haben. Wer nicht gegen Corona geimpft ist, darf seit dem Wochenende nur noch einkaufen, was er für den Alltag so braucht, zum Beispiel in Supermärkten, Drogerien oder Apotheken. Die Bilanz der Essen-Motorshow ist eher schwach. In zehn Tagen kamen rund 100.000 Besucher, sagt die Messe. Wegen der vielen Corona-Einschränkungen sind sie aber trotzdem zufrieden. Wer zur Messe wollte, musste sich vorher online ein Ticket kaufen, getestet, genesen oder geimpft sein und überall Maske tragen. Die Motorshow ist normalerweise die Messe mit den meisten Besuchern bei uns in Essen. Vor Corona kamen zuletzt rund 360.000 Besucher. Beim Wetter müssen wir uns morgen auf einen ähnlich kalten Tag wie heute einstellen. Temperaturen zwischen 6 und 3 Grad und über den ganzen Tag verteilt kommt auch immer wieder einiges an Regen runter. Nur am Nachmittag, da könnten wir mit ein bisschen Glück auch ein bisschen Sonne bekommen. Das war's mit den aktuellen Nachrichten von heute. Die nächsten aktuellen Nachrichten bei uns aus Essen gibt's dann morgen früh ab 6 Uhr hier bei der Radio Essen Frühschicht. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis morgen. Das war der Tag in 5 Minuten. Diesen und alle weiteren Radio Essen Podcasts findet ihr auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.